Hey Leute, was geht? Mein Name ist YouTube Gamescom auf der Sony Playstation 3. Wir spielen heute wieder eine kleine Runde Sabotage. Terminal, ich gehöre dem AR-Clang an. Und, irre süße die Abschluss ihrer Platz ist stapelbar und sie variieren blablabla. So, wir nehmen heute die Impel 5 mit die SMAW, Splitter, Limpgranate, Fingerfertigkeit Bro, VCR Bro, den guten alten Stocker, Unterstützung, Gut Ahold ist auch dabei und wir fangen an. So 15 Minuten und 45 Minuten, wir sind gerade frisch wie ein Mondkalb in das Gameplay hineingestoßen und jetzt können wir auch gleich mal, hä, boah, ich spug hier schon rum, jetzt können wir langsam hier nach vorne arbeiten und langsam in das Flugzeug hinein und mal gucken. So, ja Leute, die SMAW, da werden wir jetzt erstmal eine kleine Rakete nach vorne schießen, gehen gleich in den Raum rein, in den Ruger, dazu heißt dieses Flugzeug, und der Ruger, der ist voller Feinde, das sag ich euch am besten jetzt. So, das war wohl nichts. So, irgendwas hat auf mich abgesehen, Leute! Und das war bestimmt kein Mensch, sondern eine Maschine. Oh mein Gott, schaut's euch an! Ein Helikopter mit MG hat mich weggefetzt, sozusagen, kann man schon fast sagen weggefetzt, und die Bombe ist da, aber bestimmt ist irgendwo ein Feind oder ein Sniper, der es auf mich abgesehen hat, aber er hat nicht mit meiner Geschwindigkeit gerechnet, aus dem Grund renne ich gleich mal weg und lauft mal zum Ziel, zum Ziel hier. Oh, das Ziel ist schon da! Oh! Nein! What the hell, man! Ich hab ihn auf jeden Fall verletzt, das heißt, dass ich jetzt gleich Punkte vielleicht bekomme. Warten auf wieder ein Anstieg in 3, 2, 1, 0 und wir gehen los! Ha-pa-pa-pa-pa! Guck mal auf die Scoreliste! Oh! Ich bin ja fast ganz oben, 3 Tote, das ist gar nicht gut. So, das müssen wir aber mal ganz, ganz kräftig ändern, Leute! Da müssen wir mal einen Turbogang einlegen und den werden wir jetzt auch tun! So, jetzt ist Spaß vorbei hier! Was ist los? 250 Punkte Zahltag, was gibt's Besseres? Ja, wunderbar! Hier, der Granatenschauer ist auch schon über dem Terminal. So, was haben wir denn da? Ah, ein kleiner Camper, der sich auch in den Ecken ercampen muss. So, die Bombe ist da vorne, die müssen wir holen, die müssen wir holen! Oh, oh, die ist gar nicht, die ist gar nicht gut hier platziert. Hier, guck mal, da vorne, oh, da vorne, da steht Töten! Och, den will ich aber gar nicht töten! Den will ich doch gar nicht töten! Ah, doch, den will ich töten! Haha, 100 Punkte, tut mir leid, sorry! So, jetzt müssen wir aufpassen, da hinten sind gerne Sniper-Schütze! Oh, dann machen wir, oh, nein, das funktioniert, der Helikopter! Ah, der Helikopter! Ich muss aufpassen, ich muss aufpassen, dass der Helikopter mich nicht bekommt! Ah, die Bombe wurde aufgenommen, Bombe ist wieder sicher! Jetzt leg ich ihn jetzt mal auf den Boden, der Sniper-Schütze denkt, ich bin tot, gut, immer gut! Ah! Denkt er wohl nicht! Das ist der Sniper-Schütze, mit dem hätte ich jetzt überhaupt nicht gerechnet hier! So, wop, 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 wop! Bombe! Sicher! Ist sie nicht! Bei mir! So! Ausgebildeter Bodyguard bin ich vom Beruf, kann ich gut mit der Waffe umgehen, bei mir ist alles sicher, sozusagen! So! Bombe! 150 Punkte Zahltag! Oh! Ah, schöne Waffe in Gold! Hast du die von Mubarak geklaut oder was? So! So! Spaß vorbei! Bombe! Dankeschön Leute! Oh! Wow, wow, wow! Da fliegen die Dollar rum! Fliegen die Dollar rum! Die Drugs-Dollar! Ich hoffe es hat euch gefallen, ein kleines Gameplay und nächsten Dienstag bin ich nicht online, weil nächsten Dienstag, nächsten Mittwoch, nächsten Donnerstag, ich bin jetzt zwei Wochen offline nochmal, Leute, liebe Aronen, wenn ihr das seht, ich werde jetzt versuchen ein paar Let's Plays noch zu machen und versuchen jede vier Tage, drei Tage ein Video hochzuladen, aber ich bin jetzt zwei, ungefähr zwei Wochen offline, Berufsschule, bin Koch vom Beruf, ich muss zur Berufsschule, dieses Ding heißt Villingen-Schwenningen, das ist im tiefsten Schwarzwald und da muss ich hin, aus dem Grund kann ich da leider keine Videos machen, was mir auch sehr leid tut, aber dafür habe ich das ganze Wochenende Zeit, Leute, das ganze Wochenende, der komplette Freitag, der komplette Samstag und noch ein bisschen Ders und Tag, das ist doch auch was, oder? Ja, das war's wieder von der Umbi2games.com, Niederlage, Ziel zerstört, Spielbonus 803, bis zum nächsten Mal, see you later, alle wieder, ciao! Und ich möchte mich gleich wieder aus dem Studio!